Nach all der Wärme der vergangenen Tage, mal Hand aufs Herz, wer würde sich nicht über so ein schönes Winterbild freuen. Zumindest mal in den Hochlagen der Mittelgebirge. Und nächste Woche, da wird es tatsächlich ja kälter. Vor allem Mittwoch, Donnerstag, da rutschen die Temperaturen in den Hochlagen, deutlich in den Keller. Aber auch unten in den Niederungen, da sinken die Werte auf 15 Grad, teilweise auch darunter. Und das als Tageswerte. Aber die Wärme scheint noch nicht so ganz ausgeräumt zu sein. Denn heute Morgen, da berechnet das amerikanische und auch das europäische Wettermodell schon wieder eine Wärmerückkehr. Und das zum ersten Oktoberwochenende. Wir schauen uns das gleich mal am Ende vom Video an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei Wetter.net. Genießt auf jeden Fall nochmal das aktuell kommende Wochenende. Morgen vor allen Dingen überall sehr freundlich, sehr viel Wärme. Temperaturen über 20 Grad. Punktuell auch mal am Rhein bis zu 24 oder 25 Grad. Und auch der Sonntag fällt nochmal warm aus. Also ein perfekter Tag zum Rausgehen. Wenn ihr noch nichts geplant habt, plant noch was ein. Noch mal rausgehen und das schöne Wetter genießen. Nächste Woche wird es kühler. Aber wie gesagt, zum ersten Oktoberwochenende. Da könnte schon wieder was im Busch sein in Sachen Warmluft. Wir schauen es uns später mal an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei Wetter.net. Der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitag. Ja, da sehen wir, das Sturmtief ist schon wieder abgezogen. Und das Hochkersten, das verstärkt seinen Einfluss. Zugleich kommt hier aus Südwesten weitere Warmluft zu uns ins Land geströmt. Der Strömungsfilm, der zeigt auch nochmal diese Warmluft, wie sie hier zu uns kommt von der iberischen Halbinsel. Und diese Warmluft, die bringt uns auch die Schwefelwolke morgen nach Deutschland. Auch dazu gleich nochmal etwas mehr. Die warmen Luftmassen in der Höhe, die bleiben uns in den kommenden Tagen erhalten. Das hier sind die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Da sieht man sehr schön, wo sind warme Luftmassen unterwegs und wo kühlere Luftmassen. Und wir sehen, die wärmeren Luftmassen, die machen sich nochmal auf den Weg zu uns nach Deutschland. Der Niederschlagsfilm erfreulich trocken in den nächsten Tagen. Zumindest für unsere Landwirte und Winzer, die wird's freuen. Die Weinleser ist bei uns in Rheinhessen schon in vollem Gang. Und da freut man sich natürlich auch über so ein tolles trockenes Wetter. Aber die Trockenheit ist bald vorbei. Denn spätestens ab Sonntagmorgen, da ziehen hier aus Frankreich im Westen und Südwesten die ersten Schauer und Gewitter heran. Und dann wird's bei uns auch wechselhafter werden. Der September in seiner Bilanz bis einschließlich gestern ein bisschen zu warm. 1,6 Grad die ersten 23 Tage über dem Klimamittel. Aber es sinkt immer weiter nach unten. Denn die vergangenen Tage, die waren doch ein bisschen kühler. Und deswegen ist die Abweichung mehr und mehr geschrumpft. Beim Regen darf's gern ein bisschen mehr sein. Bisher gab's 22 Millimeter Niederschlag. Das sind 35 Prozent vom gesamten Monatsdurchschnitt. Und beim Sonnenschein, da hat sich der September bisher nun wirklich nicht lumpen lassen. 141 Sonnenstunden. Und damit ist das Sonnenscheinsoll schon zu 94 Prozent erfüllt. Ja, und dann kommt das Wochenende. Wie gesagt, nutzt es nochmal aus. Am Samstag geht's raus. Viel Sonnenschein, ein paar Wolkenfelder und die Temperaturen, die erreichen am Samstagnachmittag, ja, so Werte um die 20 bis 24 Grad. Recht angenehm. Und im Westen, da wird's ein bisschen wärmer, zu warm für die Jahreszeit. 25, 26 Grad. Und der Sonntag relativ ähnlich. Auch noch sehr freundlich zur Bundestagswahl. Aber zum Nachmittag, zum Mittag teilweise schon im Westen und Südwesten, da droht dann das große Donnerwetter. Es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Hier und da kann's von Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg auch mal kurzzeitig für Starkregen reichen. Und wir schauen uns die Höchsttemperaturen an. Ja, auch am Wahlsonntag nochmal im spätsommerlichen Bereich um die 24 bis 27 Grad. Und die höchsten Werte gibt's hier Richtung Berlin und Brandenburg. Und jetzt der spannende Blick auf die Wetterkarten in 1500 Metern Höhe. Warum in dieser Höhe? Nun, da sieht man eben bestens, wo sind warme Luftmassen, wo sind kalte Luftmassen. Wir sehen am Sonntag in der Höhe immer noch warme Luftmassen hier über uns in Deutschland. 10 bis teilweise 14 Grad in 1500 Metern Höhe. Und damit können wir unten so mit 20 bis 25, teilweise 27 Grad rechen. Aber wir sehen auch, da liegt viel Kaltluft bereit. Und spannend ist natürlich, was macht diese Kaltluft in den nächsten Tagen? Vor einigen Tagen haben wir ja gesagt, die können zu uns wabern. Und tatsächlich, es bleibt dabei nach der Prognose vom amerikanischen Wettermodell, Mitte nächster Woche, da rückt uns die Kaltluft gleich von zwei Seiten immer mehr auf die Pelle. Hier im Osten kommt sie näher. Und hier aus Nordwesten, da kommt kalte Höhenluft zu uns nach Deutschland geströmt. Und die warmen Luftmassen, die werden zurückgedrängt in den Mittelmeerraum. Bis Freitag insgesamt auch weiterhin unterkühlt, aber nicht mehr ganz so kühl. In 1500 Metern Höhe Temperaturen meist so um die 5 bis 7 Grad. Das heißt, unten am Erdboden gibt es bei uns so 13 bis 16 oder 17 Grad. Also immerhin schon mal deutlich kühler als am kommenden aktuellen Wochenende. Doch bleibt uns diese kühle Luftmasse erhalten? Da gibt es heute Morgen ein paar Unsicherheiten. Denn die frühen Modelle, die haben uns da etwas Interessantes aufgetischt. Zunächst mal der Blick auf den Freitag nächste Woche noch mal nach dem europäischen Wettermodell. Und wir sehen auch hier, es ist sich relativ einig mit dem amerikanischen. Kühle Luftmassen bleiben über unseren Köpfen. Aber dann zum ersten Oktoberwochenende. Da berechnet das europäische Wettermodell einen neuen Warmluftvorstoß hier aus dem westlichen Mittelmeerraum. Da kommt also noch mal warme Luft, 10 Grad, 10 bis 12 Grad warme Luft in der Höhe herangeströmt. Angetrieben von diesem Tief hier bei den britischen Inseln. Das schiebt die Warmluft noch mal zu uns nach Deutschland. Aber wir schauen zum Vergleich natürlich auch noch mal auf das amerikanische Wettermodell. Und das berechnet auch zum nächsten Sonntag, zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, einen Warmluftvorstoß. Da sind sich ja die beiden führenden Wettermodelle mal überraschend einig. Also es könnte noch mal so einen kleinen Wärmebuckel geben. Und den sehen wir tatsächlich gleich auch in den Ensemble-Vorsagen. Da sind sie auch schon. Zunächst am Wochenende dieser Wärmebuckel in 1500 Metern Höhe im Osten. Da wird es noch mal warm bis zu 15 Grad. So eine Wetterlage würde uns im Hochsommer teilweise über 30 Grad bringen. Aber jetzt natürlich Ende September sind da maximal bis zu 25, 26 Grad unten am Erdboden drin. Dann kommt auch dieser Temperatursturz. Die Temperaturen rutschen deutlich nach unten, teilweise auf 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Das zumindest sagt diese rote Linie. Das ist die Mittelung aus allen Einzelläufen. Aber da deutet sich schon wieder dieser Wärmeberg an. Er kommt anscheinend zurück im Mittel wieder bei um die 5, 6, 7 Grad. Einzelläufe sogar bei über 15 Grad. Einer bei 20 Grad. Man mag es kaum glauben in 1500 Metern Höhe. Und dazu anfangs einige Niederschlagssignale. Die werden aber rasch wieder weniger. Mal gespannt, wo das hinführt. Wir gucken zum Vergleich auch noch nach Süddeutschland. Da fällt der Absturz noch massiver aus. Die Temperaturen aktuell über 15, 16 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dann rutscht das Ganze ordentlich in den Keller. Zum Monatswechsel könnte man schon meinen, jetzt kommt vielleicht sogar schon der Frühwinter zu uns. In die Alpen zumindest in Süddeutschland. Aber weit gefehlt. Auch hier deutet sich heute schon wieder ein neuer Wärmeberg an. Das Mittel zieht nochmal an, hier Richtung 10 Grad Marke. Also die Entwicklung ist Anfang Oktober wieder sehr offen. Aber man muss schon sagen, die beiden führenden Wettermodelle gehen in die gleiche Richtung. Da könnte es tatsächlich nochmal einen Warmluftberg geben. Wir bleiben natürlich für euch dran hier bei Wetter.net an dieser Wetterentwicklung. Und gucken uns jetzt nochmal an, was macht eigentlich diese Schwefelwolke. Schwefelwolke. Der Vulkan auf La Palma bläst täglich 8000 bis 11.000 Tonnen Schwefeldioxid in die Atmosphäre. Weit nach oben, teilweise in 5 Kilometern Höhe. Und hier sehen wir die Kanaren. Und diese Schwefelwolke, die hat sich mittlerweile bis zum Mittelmeerraum bewegt. Und das hier ist ihre Lage. Und zwar morgen um 14 Uhr. Und wir sehen, sie erreicht uns hier im Westen Deutschlands. Aber keine Sorge für unsere Gesundheit bedeutet das nicht. Die Schwefelwolke ist sehr weit über unseren Köpfen unterwegs. Und natürlich ist das ganze Zeug schon ein bisschen verflüchtigt worden. Auf dem weiten Transport zu uns das Einzige, was passieren kann, wenn es regnet am Sonntag, dann wird teilweise der Schwefel ein bisschen ausgewaschen aus der Atmosphäre. Der sogenannte saure Regen. Aber auch der ist für uns Menschen nicht schädlich. Aber trotzdem ein sehr interessantes Naturschauspiel, wie ich finde. Diese riesige quasi Schwefelwolke, wie sie sich erstreckt. Hier ähnlich wie Sahara-Staub bis zu uns nach Deutschland. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich immer auch gerne über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Nutzt morgen den Samstag und auch den Sonntag. Und denkt dran, geht bitte auch wählen, sofern ihr es nicht schon getan habt. Tschüss und bis bald.